Könnte sein, dass es heute emotional wird. Ist das okay? Hat jemand damit ein Problem? Dann die Hand heben. Jens, wir müssen reden. Nein, ich weiß wieder, Jens, das ist meins. Alles gut. Du wolltest sagen, dass du okay damit bist. Das ist gut. Ich habe das Gefühl, Stefan und ich werden heute keine Athen-Predigt halten, sondern eher eine Korinth-Predigt. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, aber Gott hat mir irgendwann mal gezeigt, als ich Apostelgeschichte gelesen habe, dass als Paulus in Griechenland unterwegs war zur zweiten Missionsreise, hat er erst Stationen in Athen gemacht und hat auf dem Areopark gepredigt. Ich selber durfte dort auch schon mal sein. Ich wollte mich dann auch hinstellen und so ein bisschen Paulus-mäßig und die Conny sollte mich dann einfangen mit dem Fruto-Apparat und so ein bisschen so auf den Spuren von Paulus. Das war ganz witzig. Das haben wir aber nicht gemacht. Ich habe gedacht, es ist irgendwie auch ein bisschen kindisch. Auf jeden Fall, Paulus war dort in Athen und hat dort auf den Areopark gepredigt und ein Kapitel später lesen wir, dass er dann nach Korinth gegangen ist. Und was total interessant ist, in Athen hat Paulus quasi fast nichts, also in dem Sinne erreicht. Also er hat kaum Leute erreicht. Er hat dort in dieser Stadt, die bekannt war für Intellektuelle und für Wissenschaften und für die Denker dieser Zeit, dafür ist er Athen und Antike sehr bekannt, hat er augenscheinlich ganz, ganz viele Leute mit diesem Jesus bekannt gemacht. Und es ist total spannend, wenn man dann weiterschaut ins nächste Kapitel, die kommen dann nach Korinth und alles auch, was danach passiert, ist, dass Paulus seine Strategie augenscheinlich verändert hat und er angefangen hat, vor allen Dingen in der Kraft und der Autorität des Evangeliums zu predigen. Und auf einmal kamen auch die Durchbrüche. Auf einmal sind die Leute wirklich auch von Jesus berührt worden. Und er hat also nicht versucht, sie intellektuell zu überzeugen, sondern er hat sie versucht, in die Begegnung mit einem Gott zu bringen, der heute noch Wunder tut. Und das ist total interessant, das bei Paulus zu sehen, wie er da also augenscheinlich diesen Strategiewandel vollzieht auf der Reise nach Korinth, was ja letztendlich kilometermäßig gar nicht so weit entfernt ist. Genau, ich glaube, es wird eher so eine, also es tut mir heute leid für all diejenigen, die jetzt auf, also jetzt auf was Intellektuelles gewartet haben. Es wird eher eine Korinth-Predigt, vermute ich, mal schauen. Aber es hat vielleicht auch intellektuelle Elemente. Was ich auch sagen will, ich will, also ich will das immer betonen, wir wollen eigentlich irgendwann zwischen 11 und 11.30 Uhr landen, aber fühlt euch wirklich frei zu gehen, wenn ihr los müsst. Also wartet nicht darauf, dass der Anton oder der Stefan oder ich sagen, du darfst jetzt gehen, sondern du darfst wirklich einfach gehen, wenn du los musst. Aber was ich krass fand, das will ich nochmal kurz vormachen. Am Freitag hat er Ben seine Uhr genommen und er darf das, er ist Australier und er hat gesagt, ihr Deutschen, ihr müsst ab und zu mal Folgendes machen. Ich weiß nicht, ob es gut macht, euch jetzt zu ermutigen, das mir nachzumachen, aber ich hole trotzdem mal die Uhr wieder, also das ist jetzt nicht, ich hole mein altes Leben nicht zurück, keine Sorge. Aber so ein bisschen Orientierung, nur so ein bisschen zur Orientierung ist das. Genau, von daher, danke Jesus, du kennst mein Herz. Das könnte auch lustig heute werden. Ich habe gesagt, es wird emotional, Jens, du musst jetzt durch. Ich will euch auch gleich am Anfang eine ganz komische Frage stellen, eine ganz, ganz komische Frage. Wenn du ein Sportwagen sein würdest, welcher Sportwagen würdest du gern sein? Ich weiß, Felix, was du antwortest, es ist okay, es ist okay, Felix, ich weiß es. Aber was würden die anderen antworten? Ruft sie mal in den Raum. Audi A8. Ah, ja, ist auch ein Angebot. Wie bitte was? Ja, den kennen viele wahrscheinlich gar nicht, aber hier ist ein Fan, da findet ihr den auch gut. Noch jemand? Was? Da standen da. Christian, ja. Welcher? Opel Corsa? Habe ich das richtig gehört? War das jetzt? Hing das jetzt damit zusammen, dass der Herr dir einen Opel Corsa geschenkt hat, oder? Ich weiß es nicht. Oder habe ich es falsch gehört? Noch einen? Vielleicht einen noch? Wie bitte was? Ein Bändle? Ja. Ist das erlaubt, Anton? Ist okay. Ja. Also ich, ich weiß gar nicht, ob man das ja sagen darf. Also ich bin, ich, ich, ich mag den Lamborghini Huracan. Ist das okay? Darf man das sagen? Ja. Puh, puh, sagt Felix. Der gehört auch zum VW-Konzern, Felix. Entspann dich, bitte. Ja, genau. Warum, was macht der Typ hiervon? Warum frage ich euch das? Vor ein paar Jahren hatten wir hier in der Gemeinde einen Mann da gehabt aus Südafrika, François Boutes. Den kennt ihr, kennt ihr niemand hier im Raum? François Boutes? Genau. François hat eine sehr starke prophetische Salbung und kann auch unglaublich gut Klavier spielen. Also fast so gut wie der Johannes, würde ich sagen. Und der hatte, der kommt zu uns und der, wir saßen, ach ja, boah, Christian, das war jetzt nicht nötig, aber. Ich weiß nicht, das ist jetzt schwierig. Schau auf Jesus, schau. Das ist die Versuchung. jetzt, ja. Meine Güte, ja. François Boutes war da. Und wir hatten einen Abend und im Vorgebet saßen wir und François hatte den Eindruck, oder hatte den Eindruck, sagt, hey, ich muss was mit euch teilen. Und er sagte, hey, ich habe das Gefühl, ihr seid wie eine Autowerkstatt. Und wenn Leute hier mit ihren Opel Corsa zum Beispiel und einem anderen Auto kommen, was schon ein bisschen so, naja, es hat schon seine Kilometer gefahren. Wenn das hier reinkommt, wird es nach einer Zeit als Supersportwagen wieder rausfahren. Und ich habe, ich fand das mal ein cooles Bild. Und ich habe damals, also war ich noch Jugendleiter und ich hatte irgendwie gedacht, was hat denn das jetzt mit der Jugendarbeit zu tun? Und später hat mir der Heilige Geist gesagt, hat gesagt, Thomas, das, was hier in Schneeberg passiert, nicht nur in der Jugendarbeit oder in der Gemeinde oder bei Campfire, dieser Ort ist dazu berufen, dass Menschen hierher kommen und sich vielleicht so ein bisschen wie so ein ruckelndes, so ein ruckelnder Kleinwagen fühlen. Aber sie dürfen, weil durch die Transformation, die Gott an ihnen vollführt, als Supersportwagen wieder nach Hause fahren. Und ich, und es ist echt so, ich habe gemerkt, hier geht es nicht um irgendeine Organisation oder um eine, also irgendeine Konfession, hier geht es um eine Berufung, die Gott dieser Region und diesen Ort gegeben hat. Und wir sind gerade dabei, das zu erleben. Wir sind dabei, das gerade zu erleben. Und ich glaube, auch heute will Gott das wieder tun. Ich will euch einladen, wer hat Lust heute als Supersportwagen nach Hause zu fahren? Wo ist das Auto hin? Ja, genau, genau so. Genau. Und das finde ich so stark, dass Gott diese Berufung uns gegeben hat und ich kann die wirklich immer wieder nur in aller Demut annehmen. Und der Stefan und ich, wir haben echt, also, ja, wir haben echt überlegt, was ist heute dran und wir überlegen immer noch. Aber ich habe ein Gefühl, wo ich gerne mit euch starten möchte. Und zwar habe ich in der Vorbereitung, als wir die ganze Zeit über dieses 3R nachgedacht haben, der andere hat es so schön zusammengefasst. Ein Gott, der an einer radikalen Art und Weise die Liebe des Vaters zeigt, der sehr real in diese Welt hereinbricht und der uns zeigt, dass das, was er getan hat, für uns und für diese Gesellschaft relevant ist, dass das irgendwie heute nochmal in etwas hineinmünden soll, wo es vor allen Dingen darum geht, dass du deine Rolle und deine Position in all dem findest. Und ich habe irgendwie in der Vorbereitung gemerkt, dass ich bei einer Person hängen geblieben bin, die ich sehr inspirierend finde, die wir im Alten Testament finden, nämlich den Mann Nehemiah. Hat jemand von Nehemiah schon mal gehört hier im Raum? Irgendwie schon mal von dem gelesen? Nehemiah ist also ein total inspirierender Typ und er lebt ungefähr in dieser Zeit, also so 450 vor Christus, kann man ihn ungefähr zeitlich einordnen. Und dieser, es gibt extra ein Buch, also von ihm, aber ganz wichtig, man geht sehr stark davon aus, dass nicht Nehemiah dieses Buch geschrieben hat, sondern Esra. Esra ist ja ein anderes Buch, was wir direkt davor finden in der Bibel. Und wir wissen über diesen Nehemiah, dass er in einer Zeit lebt, also 500 vor Christus ungefähr, lebt er da also. Und wir erleben, dass die Israeliten, dass sie vertrieben wurden, aufgrund dessen, dass die Babylonier über sie hergefallen sind. Und sie werden ins Exil vertrieben und sie erleben eigentlich wirklich eine Not, eine politische Not, eine geistliche Not, sie leben eine gesellschaftliche Not. Und ja, man kann eigentlich sagen, man hat das Gefühl, dass Judah eigentlich genauso am zerbrechen ist, wie andere Teile Israels zuvor. Auf jeden Fall ist dieser Nehemiah im Exil und er hat eine sehr verantwortungsvolle Position. Denn er ist nämlich bei König Ataxerxes, ist er einer der verantwortlichen Beamten sozusagen am Königshof. Und wenn man diese Geschichte reinliest in Nehemiah 1, da will ich gerne mal reinlesen, da werden ein paar ganz interessante Aspekte deutlich. Ich fange mal an, einfach ab Nehemiah 1, Vers 1. Dies ist die Geschichte Nehemiahs, des Sohns Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susann in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder mit etlichen Männern aus Judah und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren und über Jerusalem. Ganz wichtig, in der Zwischenzeit ist schon etwas Interessantes passiert. Zerubabel ist zurück nach Jerusalem gegangen und hat den Tempel wieder errichtet. Es ist also schon so, dass einige Israeliten wieder dorthin gekommen sind, einige Juden wieder dorthin gekommen sind. Und ganz spannend, das hatte damit zu tun, dass wirklich ein Kairos-Moment eingetreten ist, nämlich die Babylonier wurden von den Persern verdrängt. Für all diejenigen, die historisch interessiert sind, das ist total spannende Geschichte. Auf jeden Fall, die Perser sind jetzt die neue Macht und sie geben quasi den Juden den Raum, wieder zurück nach Jerusalem zurückzukehren und ihr geistliches Zentrum wieder aufzubauen. Ganz spannend, das ist so die Situation. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Herrn des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, da ich nun vor dir Tag und Nacht bete für die Kinder Israels, deine Knechte und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne und die wir an dir begangen haben. Und auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst. Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um, befolgt meine Gebote und tut sie. Selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes, auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Ein sehr einflussreicher Hofbeamter am Hof des Königs. Was passiert? Wir haben einen Nehemiah, der eine Situation wahrnimmt, der etwas realisiert. Er nimmt eine Not in der Gesellschaft wahr und es bricht ihm das Herz. Da ist eine große, große Not in seinem Volk und es bricht ihm das Herz. Und was tut er? Er geht ins Gebet und er fleht und er sagt, Gott, hilf uns. Und er beruft sich auf die Verheißungen, die Gott gegeben hat und er weiß ganz genau, was Gott gesagt hat. Er weiß, was Gott zu Mose gesprochen hat. Er weiß ganz genau, was die Wahrheit ist und was die Perspektive ist, die Gott eigentlich gezeigt hat. Und er weiß auch ganz genau, was er und seine Vorfahren und seine Familie dazu beigetragen haben, dass das, wie es jetzt gerade ist, dass es genau dazu gekommen ist. Er erkennt, ich habe Verantwortung dafür, dass die Dinge gerade nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und er tut Buße. Und er tut vor Gott eigentlich im Gebet umkehren und sagt, nein, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt und ich will an dieser Predigt immer wieder kurz anhalten. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Leute hier sitzen, die vielleicht ähnlich wie Nehemiah eine ganze, ganze Zeit eigentlich jetzt dahin leben und für nichts irgendwie mehr eine gewisse Art von Barmherzigkeit, ein gewisses Gefühl von Not wahrnehmen, die eine gewisse Gleichgültigkeit in ihrem Herzen entwickelt haben. Und Achtung, das ist kein Vorwurf. Es sind viele Dinge, die in unserer Welt ziemlich, ziemlich katastrophal laufen. Wir brauchen nur den Fernseher einschalten, 15 Minuten Tagesschau und ich weiß ganz genau, was nicht gut läuft. Ich weiß ganz genau über die Krisen und die Katastrophen in meiner Umgebung, teilweise vielleicht in meiner eigenen Familie. Ich weiß darum, was in dieser Welt alles kaputt ist und es kann ziemlich niederdrückend sein. Aber darf es uns denn noch berühren? Darf es denn noch unser Herz berühren über das, was in dieser Welt kaputt ist und was nicht der Ordnung Gottes entspricht? Kann unser Herz genauso bewegt werden, wie das Herz von mir bewegt werden? Und ich will euch herausfordern. Wir sind an diesem Wochenende oft aufgestanden. Und diese Konferenz fordert auf, real, radikal und relevant zu leben. Und es fordert manchmal radikale Entscheidungen. Und ich kann mich daran erinnern, als wir zur letzten Konferenz einen Schuleinsatz gemacht haben, zusammen mit Konrad, da sind wir in der Schule gegangen, in der ich bin. Und wir haben ziemlich klar das Evangelium in Kraft gepredigt. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ihr letztes Mal dabei wart. Es haben sich über 30 Jugendliche in dieser Schule zu Jesus bekannt. Und was haben sie gemacht? Und das haben wir ganz bewusst gemacht. Wir haben gesagt, alle lassen die Augen auf und du stehst auf und du bekennst damit, dass das, was du gerade in deinem Innersten entschieden hast, nicht nur ein Moment ist, sondern dass das wirklich ein sichtbares Zeichen von der Welt ist. Und Achtung, ich will dich jetzt gerne einladen, wenn du sagst, Jesus, ich möchte die Not dieser Welt wieder neu wahrnehmen, nicht damit es mich erdrückt, sondern damit ich dein Herz schlage, den du für diese Welt hast, wieder neu empfangen kann, so wie nie im Jahr. Mich wieder öffnen für das, was dich bewegt, was dein Herz auch traurig macht. Wenn du merkst, es ist für dich dran, dann will ich dich ermutigen aufzustehen, jetzt an dieser Stelle. Und ich will dir reinbeten. Und Jesus, so wie neben mir, so wie neben mir das Herz gebrochen wurde für das, was nicht gut läuft in dieser Gesellschaft, so willst du unser Herz brechen. Unser Herz soll das wahrnehmen, was du wahrnimmst. Nicht dafür, damit es irgendwie erdrückt wird, sondern damit wir diese Sensibilität, diese Barmherzigkeit wieder für die Menschen in unserer Umgebung, für die Menschen in dieser Welt wieder bekommen. Du willst unser Herz brechen für das, was um uns herum passiert. Nicht damit es uns erdrückt, sondern damit wir wieder einfach sensibel dafür werden und dass wir darauf reagieren und dass wir wieder unsere Stellung einnehmen, die du uns gegeben hast, Jesus. Und darum bete ich, Jesus, dass das passiert. Lass uns jetzt in diesem Moment durch deinen Geist empfangen. Lass unser Herz wieder sensibel werden für das, was dir wichtig ist. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Nehemiah ist ein Mann voller Perspektive und wir lesen das in seinem Gebet. Es ist nicht so, dass er sagt, es ist alles sinnlos, es ist alles aussichtslos, es gibt keine Hoffnung. Er weiß genau um die Verheißung und darauf stellt er sich. Und dann passiert etwas total Spannendes. Wir lesen, dass er anfängt, zum König zu gehen. Und er geht zu dem König, also seinen Chef quasi, und sagt, und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wer von euch in einem Angestelltenverhältnis, mal die Hand heben. jetzt stell dir mal, du kannst visuell deinen Chef dir vorstellen. Danke. Und jetzt stell dir vor, du gehst, du klopfst an der Tür von deinem Chef, klopfst, sagt, komm rein, du gehst rein, und du sagst zu ihm, ich habe gebetet und ich habe festgestellt, dass Gott mir was aufs Herz gelegt hat. Ich habe eine Not wahrgenommen und ich will dieser Gleichgültigkeit in meinem Leben keinen Raum mehr geben, sondern ich fange jetzt an und ich will anfangen, Verantwortung wahrzunehmen. Das ist ein riesen Ding, aber einer muss anfangen und ich will derjenige sein. Stell dir deinen Chef vor, was wird er sagen? Wie wird er reagieren? Es gibt Chefs, da könnte ich mir vorstellen, dass die da Verständnis haben. Und dann sagt der Chef folgendes, okay, alles klar. Wie lange brauchst du denn Zeit? Und es ist nicht geschrieben, das hätte ich total gern gewusst, was er da gesagt hat, es steht nicht genau drin, aber es steht drin, dass der König zu Nehemiah sagt, ich gewähre deinen Plan. Ich stelle dich von der Arbeit frei. Es ist nicht drin geregelt, ob die jetzt irgendeine Vereinbarung getroffen haben, wie das mit der Lohnfortzahlung ist und so weiter und so fort. Es steht leider nicht drin. Hätte ich spannend gefunden, wie die das gemacht haben. Aber da ist ein König, der sagt Nehemiah, ich gewähre dir. Und das Faszinierende ist, dieser Nehemiah erlebt, dass durch diesen König auf einmal Dinge passieren, die er sich nie hätte vorstellen können. Denn der König sagt, und ich stelle dir Soldaten zur Verfügung und ich gebe dir Briefe, mit denen du durch alle Regionen hindurch kommst. Und ich gebe dir alles, was du brauchst, damit du nach Jerusalem kommen kannst und dort diesen Auftrag wahrzunehmen, nämlich die Mauern von Jerusalem wieder zu errichten. Er bekommt Gunst durch einen Mann, der nicht mit Gott connected ist. Aber was ist das? Das ist Gottes Führung. Das ist dieser Gott, dem nichts unmöglich ist, der selbst die Herzen derer berühren kann, die ihn noch nicht mal kennen. Und das zeigt mir Folgendes. Es kann sein, dass du gerade da sitzt und aufgestanden bist und du hast gedacht, ja klar, ich will diese Not, ich will das schon wahrnehmen, ich will schon dafür sensibel werden, aber keine Ahnung, was soll ich denn jetzt machen? Das nächste, was du tun darfst, ist, dass du sagst, und jetzt trete ich hinein. Ich trete hinein in diese Not. Ich bin derjenige, der anfangen will. Ich bin derjenige, der dem ein Ende bereiten will. Ich bin derjenige, der das machen will. Und wenn du das tust, dann darfst du wissen, dass sich einer dazu stellt, nämlich der König der Könige. Und dieser König der Könige hat alle Möglichkeiten. Er hat alle Möglichkeiten, auch selbst die Herzen zu berühren, die ihn noch nicht kennen. Und dir eine Befähigung zu geben, dass du auf einmal eine Gunst hast in dem, was du tun willst. Und das macht mich doch ziemlich hoffnungsvoll. Dass gerade in unserer Zeit, wo so viele Dinge schief laufen, ich, wenn ich sage, ich trete, ich stehe jetzt auf und ich trete hinein und egal was es ist, Heiliger Geist, du darfst mir das aufzeigen, dass ich erleben darf, dass sich ein Gott dazu stellt und dass er mich seine Gunst erfahren lässt. Wer von euch hat Lust darauf, zu sagen, ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich will hineintreten und ich will erwarten, dass sich dieser Gott, genauso wie er sich neben mir dazu gestellt hat, auch bei mir dazu stellt. Dann darfst du gerne aufstehen. Wenn du vorhin nicht aufgestanden bist und jetzt aufstehen willst, nee, dann, das ist okay, das ist vollkommen okay, du darfst auch, wenn du vorhin nicht, darfst auch jetzt aufstehen. Und Jesus, ich will das echt so empfangen, prophetisch empfangen, das, was bei mir passiert ist, dass jemand gesagt hat, und ich fange jetzt an. Egal, wer mit mir geht, ich fange an. Und dabei zu erleben, dass du dich dazu stellst, Gott, das will ich wirklich hier einfach freisetzen über jeden Einzelnen. Diese Gunst, die Nehemiah erfahren hat, diese Gunst, die Nehemiah erlebt hat, die will ich freisetzen über euch. Und ich will darum beten, wirklich, dass du uns, Heiliger Geist, so wie du das Nehemiah aufgezeigt hast, dass du uns offenbarst, wo wir Schritte gehen dürfen, wo wir hineintreten dürfen, wo wir zu unseren Verantwortungsträgern gehen dürfen und sagen, ja, ich gebe dir diese Berechtigung. Ich befähige dich und ich gebe dir sogar noch viel, viel mehr, als du dir je hättest erträumen lassen, als du ihr an meiner Tür geklopft hast. Danke, Jesus, dass du dich dazu stellst, zu unserem Ja. Amen. Du dürft euch wieder setzen und ich will trotzdem, ja, nee, Moment, ich mache weiter. Wie gesagt, das ist alles, Heiliger Geist, führe du. Nehemiah geht los und es passiert tatsächlich alles so. Er zieht durch die Gegenden, die Leute lassen ihn zu, nicht immer alle begeistert, ziemlich viele haben Zähne, knirschen, aber wenn eben der König, der Perser, genau diese Berechtigung gegeben hat und wenn er diese Autorität gegeben hat, ich meine, das ist die größte Macht dieser Welt. Was soll ich denn dagegen sagen? Was soll ich denn dagegen sagen, wenn der König, der Könige dir gesagt hat, hey, gehe. Wer soll denn was dagegen sagen? Es kann sein, dass einige mochen. Es kann einige sagen, oh nee, das ist doch echt. Dann kannst du sagen, ja, mich hat der König, der Könige berufen. Hier ist mein Schreiben, hier ist es. Hier, hier ist mein Schreiben, bitte. Was willst du denn dagegen sagen? Ja, er hat es mir doch gesagt. Übrigens, Ben, als Australier, hat uns Deutschen wieder deutlich gemacht, dass wir diesen Schatz wieder neu entdecken dürfen und ich bin heute dabei umzukehren. Ein Teil meiner Umkehr ist schon erfolgt. Hier ist noch das Samsung Handy, aber zur Heiligen Gäste darf an mir wirken. Aber hier, ich wurde ja überführt, wer zu kommen, wenn es dabei war. Ich saß wieder zur falschen Zeit am falschen Ort und der Finger des Herrn war auf mich gerichtet. Deswegen habe ich gedacht, ja, genau, Papierbibel. Auf jeden Fall, Gott stellt sich dazu und so stellt er sich auch bei uns dazu. Und ich könnte jetzt viele Dinge nennen, wo ich genau das erlebt habe. Ich könnte jetzt darüber reden, als wir damals vor zwei Jahren gemerkt haben, wir sollten in die Ukraine fahren, wie sich auf einmal Leute dazugestellt haben. Irgendwelche Ämter, von denen ich noch nie gehört habe. Bürgermeister, der es ermöglicht hat, dass ich innerhalb von zwei Tagen einen, 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 so einen kurzfristigen Reisepass ausgestellt bekommen habe. die haben sogar extra für mich eher geöffnet und alles möglich gemacht, einfach damit ich in die Ukraine kann. Da hat sich ein Gott dazugestellt. Einfach so. Einfach so. Und das ist das, was wir erleben. Und dann geht Nehemiah dorthin nach Jerusalem und dort findet er Folgendes vor. Ein Volk, was einfach so sein Leben lebt, was ziemlich gebrochen ist, was ziemlich perspektivlos ist, was halt einfach so dahinvegetiert und einfach so sein Ding macht. Und Nehemiah kommt an und wir lesen von ihm, dass er noch in der Nacht herumläuft, sich alles genau anschaut, den Tempel und vor allen Dingen die Stadtmauern. Er begutachtet das alles und er ist dabei, die Situation jetzt wirklich für sich zu ergreifen, strategisch, analytisch, die Dinge zu durchdenken und einen Plan zu entwickeln. Und es dauert nicht lange und er tritt vor das Volk, die verbliebenen Juden dort und er hält eine Rede. Und was er in dem Moment tut ist, ich will jetzt gar nicht zeitlich groß, aus Zeitgründen gar nicht groß eingehen, er malt dem Volk eine Vision. Er malt dem Volk eine Vision und er offenbart ihnen die Wahrheiten, die Gott schon längst gesprochen hat, die Prophezeiung, die er gegeben hat und er erinnert sie an all das, was Gott ihnen schon vor langer, langer Zeit gesagt hat und er holt das wieder hervor, was verborgen scheint. Und er tut etwas, er erweckt ein Volk, eine Gesellschaft, eine Bevölkerung. Und wenn ich mir was wünsche von diesem Wochenende ist, dass wir uns genauso erwecken lassen von ihm. Denn wenn ich mir unsere Christenheit angucke und das war ein Thema der ganzen Konferenz ist, wir hängen eigentlich genauso da wie die Bewohner von Jerusalem. Wir hocken irgendwie da und machen irgendwie unser Ding und gehen so durch den Alltag und eigentlich im Grunde haben wir Christen doch häufig gar keine Perspektive mehr. Wir haben doch oft gar nicht mehr diese Hoffnung, dass Gott wirklich das, was er in seinem Wort hier gesagt hat, dass er das wahr werden lässt. Und wir vegetieren dahin und wir vegetieren dahin und wir vegetieren dahin und irgendwann liegen wir auf diesem Sterbebett und Matze hat es gesagt, dass es diese Umfrage gab von über 95-Jährigen, man sie gefragt hat, hey, was hättest du in deinem Leben gern anders gemacht und sie gesagt haben, ich wäre viel, viel mehr Risiken eingegangen. Ich wäre viel, viel mehr aktiver geworden. Ich hätte viel, viel mehr Verantwortung über neu. Ich wäre viel, viel öfters aufgestanden. Ich hätte oft einfach nicht so resigniert und mich so ergehen lassen von diesem Brei unseres gesellschaftlichen Denkens und keine Ahnung. Und ich gucke mir das an und ich gehe in unsere Schule und ich sehe mir das an in unserer Schule und ich gucke mir die Kinder an und ich sehe, dass genau das hier großartigerweise multipliziert wird in unseren Schulen. Dass dort Schüler sitzen, die keine Perspektive haben. Dass dort Schüler sitzen, die keine Zukunft haben, die keine Vision haben, die keine Hoffnung für unser Land haben. Es gibt eine Studie, die vor einer Woche rausgekommen ist. Die Jugend unserer Zeit, die 15-29-Jährigen, war noch nie so hoffnungslos wie unsere Generation gerade. Wie kann das sein? Wir Christen haben doch diese Perspektive. Wir haben doch die Hoffnung der Welt. Wir haben doch die Botschaft. Wir haben doch alles das, was diese Gesellschaft, was diese Jugend so dringend braucht. Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sitzen vor unserem Fernseher und schauen uns die traurigste Folge von Wetten, dass das an. Ach nee, das gibt es gar nicht mehr. Ja, interessant, lustig. Achtung, du kannst es auch mal angucken. Aber wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sagen wir denn, hey, ich habe eine Hoffnung. Hey, ich habe ein Lachen auf dem Gesicht. Warum? Weil ich Jesus kenne. Genau deswegen. Ich habe gesagt, es wird emotional. Sorry. Ich wünsche mir einfach wieder die Christen, die Kante zeigen. Christen, die wieder anecken. Christen, die wieder mal einfach mal auftauchen und sagen, ich bin Christ und du bist nicht und ich wünsche mir, dass du es wirst. Einfach, weil ich dich liebe und weil ich will, dass du das genauso erlebst. Weil ich die Hoffnung habe und ich wünsche mir, dass du diese Hoffnung genauso hast. Ich glaube, dass auf diesem Wochenende wirklich Gott einfach so eine neue Gleichgültigkeit gegenüber dem, wie Gesellschaft ist. dass diese Gleichgültigkeit, egal was die anderen von mir denken, diese Menschenfurcht, dass sie weichen muss und wieder einfach so eine neue Kante von uns als Christen hervorkommt. Dass wir einfach wieder sagen, hey, wir haben die Botschaft, wir haben die Hoffnung, wir haben das Leben und das hat Nehemiah gemacht. Er hat das hineingesprochen in die Gesellschaft und wer von euch hat Lust darauf anzuecken? Dann will ich dich ermutigen aufzustellen. Dann will ich dich ermutigen aufzustellen. Und du kannst das mal praktisch machen. Eck mal deinen Nachbarn an. Das ist so. Aber möglichst so, dass er noch stehen bleibt. Nicht, dass Leute noch sagen, der Heilige Geist hat dich umgehauen. Ja, okay. Jesus, du liebst es, wenn wir so, wenn wir unser Herz, also unser Herz bereit machen, wieder anzuecken. Und ich habe Lust, dass es morgen losgeht. Nee, heute. 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 Ich habe Lust, dass es jetzt losgeht, dass wir wieder anecken. Und dass Leute echt auch mal wieder genervt sind von uns. Dass sie genervt sind davon, dass wir dauernd von dieser Hoffnung und von diesem Jesus reden. Dass sie am Ende sagen, ich habe ja gar keine andere Option. Ich muss mich auch für den entscheiden. Jesus, ich will das freisetzen über uns. Diese, dieses, dieses anecken. Jesus, du bist der Eckstein. Ich habe auch Lust, ein Eckstein zu sein, an dem man sich aneckt. danke Jesus dafür. Danke Jesus. Amen. Alles gut so? Okay. Können wir einen Daumen zeigen, so wie? Okay. Also mir geht es so. Ich komme, ich komme zur nächsten, ach du meine Güte, was habe ich denn noch? Achte, ich habe noch so viel im Kopf, Stefan. Es tut mir leid. Ja, okay. Nähe mir tritt als Leiter auf. Und das ist das, was diese Bevölkerung so dringend gebraucht hat. Er ist aufgetreten als Leiter mit Vision. Und ich habe wirklich das Empfinden gehabt und noch vorbereiten, dass hier Leute im Raum sitzen, die Leiterschaft, also wir alle sind Leiter, das lernen wir übrigens bei Kempfer, weil du in all dem, was du tust, schon alleine, dass du dich selber verantworten musst, das hat was mit Leiterschaft zu tun. Aber es gibt Leute, die ein besonderes Maß an Leiterschaft haben, die eine besonders große Verantwortung haben. Wer im Raum würde von sich behaupten, dass er eine große Verantwortung, also schon eine größere Verantwortung hat, vielleicht bist du Unternehmer, Gemeindeleiter, was auch immer. Wer von sich würde das behaupten? Das sind Leute, die sich noch nicht melden. Du hast falsche Demut. Du darfst dich melden. Und ihr dürft mal aufstehen, alle. Ja, lasst ihr mir, wir sind heute, wir müssen aufstehen, es hilft alles nichts. Ich glaube, dass dort in Jerusalem viele Leute aufgetreten sind, die von sich behauptet haben, dass sie Leiter sind. Aber sie konnten diese Leiterschaft nicht wahrnehmen, weil ihnen ein, was gefehlt hat, was Nehemiah hatte, nämlich eine Perspektive Gottes, eine Vision, die Gott ihm gegeben hat. Denn was sagt das Wort Gottes? Ein Volk ohne Vision verwildert. Und das ist in Jerusalem passiert. Das Volk ist verwildert, weil keine Vision da war. Und deswegen musste Gott einen Mann, der im Exil ist, dorthin bringen nach Jerusalem, damit endlich wieder Vision hervorkommt. Und ich möchte jetzt mal alle bitten, die um diese Personen, die hier stehen, herumstehen, dass ihr ihnen mal die Hände auflegt. Weil ich glaube, Gott will euch nicht einfach nur Leiter sein lassen, sondern Gott will euch Menschen sein lassen, die Visionen von Gott haben. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen, die wir in Verantwortung stehen, egal in welchem Kontext, dass wir wieder, und ich glaube, viele nehmen das in diesem Raum hier schon wahr, und ich glaube, da bestätigt Gott einfach nur. Aber, dass hier auch einige im Raum sind, die diese Vision gerade für sich nicht greifen können, die die Verantwortung wahrnehmen, und Gott ehrt das total, dass du das tust. Das will ich wirklich betonen. Aber Gott will mehr. Er will, dass du dieser von ihm inspirierte Leiter bist, der die Leiterschaft trägt, der Vision trägt, und der das hineinträgt in dem Kontext, in dem er steht. Und deswegen möchte ich einfach jetzt über all diejenigen, die hier stehen, auch die Livestream dabei sind, will ich beten, lass sie Leiter sein mit Vision. Lass sie Leiter sein mit deiner Verheißung, die sie tragen, mit einer Perspektive, die nur du schenken kannst. Lass sie diejenigen sein, die wirklich Perspektive in diesen Kontext, in den sie sind, hineinbringen, in das System, in die Organisation, in das Unternehmen, in die Schulen, in die Gemeinden oder was auch immer. Bring diese Leiterschaft wirklich in die Position, wo sie voller Begeisterung über das sind, was du ihnen persönlich in der Intimität offenbart hast. Denn das, was Nehemiah getan hat, ist etwas, was er in der Intimität empfangen hat. Er hat zu diesem Gott gebetet. Und dieser Gott hat in dieser Intimität ihnen Vision gezeigt hat, wie man aus dieser Not herauskommt. Und ich setze das über euch frei, dass diese Vision jetzt in eurem Herzen keimt, dass sie hervorkommt und dass sie groß wird und dass sie euch entzündet und dass ihr erlebt, wie diese Vision einfach auch in euer Umfeld, wie ihr sie hineintragen könnt, wie ihr entdecken könnt, dass dort Multiplikatoren sind, die das mittragen, wie ihr entdecken dürft, wie Gott strategisch Dinge verbindet. Ich setze es über euch frei, dass wir als Christen tatsächlich jetzt wieder anfangen, mit Visionen hineinzuwirken in diese Gesellschaft. Real, radikal, relevant. Diese Leiter sind dazu berufen. Und ich setze das Feuer Gottes über euch frei. Ich setze es frei, diese Begeisterung, diese Leidenschaft für seine Idee, für seine Gedanken, für seine Perspektive, die er für dich und für diese Gesellschaft und für den Kontext, in denen du bist, hat. Jesus, komm mit deinem Heiligen Geist und taufe sie mit deinem Feuer. In Jesu Namen. Amen. Ist das gut? Achtung, meine Güte. Gott will uns setzen und Nehemiah tritt auf, hat die Vision und er erzählt ihm ganz genau, was Gott ihm offenbart hat. Und ich glaube auch, als er dort herumgelaufen ist in der Nacht, ich glaube, das hat er bewusst gemacht, auch in der Stille, weil er, glaube ich, betend durch die Gegend gelaufen ist und sich das Ganze von Gott hat zeigen lassen, hey, wie machst du das Ganze jetzt? Wie können wir das Ganze jetzt gestalten? Wir denken dran, der Tempel ist errichtet, das geistliche Zentrum steht. Esra hat auch gewirkt, den müssten wir eigentlich auch noch mit ins Spiel bringen, denn er hat tatsächlich wieder eine gewisse geistliche Ordnung versucht reinzubringen, das hat leider nicht ganz so funktioniert. Und dann kommt Nehemiah und er sagt, wir brauchen diese Stadtmauer wieder hier, damit Leben hier funktioniert, wir sind umgeben von zahlreichen feindlichen Völkern, wir brauchen diese Stadtmauer und wir müssen jetzt diese Stadtmauern errichten und dafür brauchst du dich. Und was jetzt passiert ist, dass er sagt, Achtung, du nimmst diese Position ein, du da nimmst diese Position ein, du gehst an diese Position, du wohnst dort, du kannst gleich das übernehmen, du da hinten übernimmst das und du da nimmst das und dieses und jenes. Und am Ende hat Gott auf einmal durch Nehemiah jeden Einzelnen eine Aufgabe gegeben. Jeder Einzelne hat eine Verantwortung gehabt. Und die Völker herumstehen da und sie spotten und sie sagen, das niemals, das schafft ihr niemals, vergesst es, es wird nichts. Andere sagen, ja, wir brauchen nur anrücken und dann seid ihr alle niedergemacht und so weiter. Und sie spotten und sie lachen über die Ideen, die da Nehemiah hat und die die Bewohner von Jerusalem haben. Aber Nehemiah sagt, wir haben einen Gott und er hat mir Gunst gegeben und er wird uns auch hier Gunst geben. Und was passiert? Die Leute nehmen die Position ein und sie fangen an zu bauen. Und sie bauen und sie bauen und sie bauen und sie bauen und nach 50 bis 60 Tagen ist diese Mauer errichtet. Die Mauer steht, das gleicht einem übernatürlichen Wunder. Das ist eigentlich unmöglich, eine riesige Mauer. Aber Gott hat sie befähigt, diese Mauer zu errichten. Und was spielst du daran für eine Rolle? Bist du bereit, dich von Gott setzen zu lassen? Was bedeutet das? Es kann sein, dass er zu dir sagt, dort sehe ich dich und dort sehe ich dich und dort sehe ich dich. Und übrigens, es kann sein, dass er das durch den Leiter tut, den du gerade nicht so magst. Es kann sein, dass es durch deinen Pastor passiert. Es kann sein, dass es durch deinen Ältesten passiert. Es kann sein, dass es durch deinen Chef passiert. Es kann sein, dass es durch irgendjemand, der für dich Verantwortung hat, passiert. Und er sagt, geh an diese Position. Warum sagt er das? Weil er weiß, dass du dich dort am besten entfalten kannst. Was will ich damit sagen? Du sollst dich natürlich nicht einfach auch von Leuten, also eine Sache finde ich dabei wichtig. Es sollten natürlich Leute sein, die irgendwie mit Jesus unterwegs sind. die vom Geist geleitet sind. Aber wenn du so eine Person hast, und ich denke gerade im Kontext von Gemeinde, müssen wir wieder dahin kommen, dass wir bereit sind, uns dort setzen zu lassen, wo unsere Leiter uns sehen. Was bedarf das? Demut. Bist du bereit, dich setzen zu lassen? Also nicht setzen im Sinne von hinsetzen, sondern dich positionieren zu lassen. Bist du bereit, dich positionieren lassen, weil dort ein Leiter ist und sagt, an dieser Stelle glaube ich, will Gott dich gebrauchen. Bist du bereit, demütig zu sein und zu sagen, ja Jesus, das kostet mich was. Und ich bin überzeugt, die haben über 50 Tage richtig heftig geackert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vieles dafür aufgeben mussten. Aber sie haben sich setzen lassen. Und was dabei entstanden ist, dass jeder Einzelne wahrgenommen hat, der da neben mir, der macht zwar eine andere Aufgabe, aber wir beide laufen alle am Reich, wir alle arbeiten am Reich Gottes. Wie wäre es, wenn du dich setzen lässt? Wie wäre es, wenn du demütig bist und dich inspiriert vom Heiligen Geist durch diesen Leiter oder diesen Verantwortungsträger positionieren lässt? Wer hat das Gefühl, dass er heute eine Entscheidung der Demut treffen darf? Es erfordert eine Entscheidung der Demut. Und ich habe das Gefühl gehabt in der Vorbereitung, dass das einige jetzt was kostet. Dass das einer der kniffligsten Punkte jetzt sein wird. Aber ich will dich jetzt schon ehren dafür, dass du diese Entscheidung triffst. Und wir feiern dich. Daniel, danke. Hier ist gerade hier ist gerade ein Moment, wo der Heilige Geist dir die Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren. Und der geht tief. Der geht richtig tief. Aber er weißt du, er ist wichtig. Weil nur du, wenn du dich positionieren lässt, dann kann Gott dieses Wunder vollbringen. Er braucht immer noch seine Gemeinde. Er braucht immer noch seinen Leib. Er braucht immer noch die Hände und die Füße. Er braucht immer noch die Augen und die Ohren und die Münder und so weiter. Bist du bereit, dich setzen zu lassen? Dich positionieren zu lassen von diesem Gott? Bist du bereit, demütig zu sein und zu sagen, ich habe zwar das Gefühl, ich weiß es, aber es ist egal. Du weißt es besser. Deine Gedanken sind größer. Dein Name ist größer. Haben wir vorhin gesungen. Deine Gedanken sind größer, Jesus. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Weißt du, dass ich hier heute stehe, ist nicht, weil ich mir das ausgesucht habe. Dass ich heute hier vorne rede zu euch, habe ich mir nicht ausgesucht. Niemals in meinem Leben. Und es macht auch nicht immer Spaß. Es macht viel Spaß. Sehr, sehr, sehr viel Spaß. Aber es gibt Momente, da macht es keinen Spaß. Und da wünsche ich mir eigentlich, ach Gott, irgendwas anderes. Aber wer bin ich? Ich habe mich lange dagegen gewehrt, zu einer Konferenz als Sprecher aufzutreten. Weil ich gedacht habe, Thomas, du hast nichts zu sagen. Was hast du denn schon zu sagen? Gegenüber einem Ben Fitzgerald, was hast du denn schon zu sagen? Gegenüber einem Konrad Max Gilder, was habe ich denn, Thomas, schon zu sagen? Aber weißt du was? Wenn Gott sagt, Thomas, du sollst reden. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Wenn der König der Könige sagt, Thomas, nimm deine Stellung ein. Wer bin ich denn? Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin demütig, indem ich nicht rede. Aber weißt du was Demut ist? Demut ist, die Wahrheit Gottes anzunehmen. Das ist Demut. Wir brauchen wahre Demut als Christen. Wir brauchen die Bereitschaft, endlich wieder, endlich wieder hineinzutreten in das, was so schräg ist, diese falsche Demut. Wieder hineinzutreten, zu sagen, ja, in deiner Wahrheit Gottes zu stehen, mich von dir positionieren lassen, das ist es, worum es geht. Und ich, ich gebe es nochmal ganz kurz, fünf Sekunden, du kannst überlegen, ob es für dich dran ist, ohne Druck, ohne Stress, aber wenn du es merkst, für dich dran, dann darfst du aufstehen. Oh, danke. Jesus, ich kann das wirklich nur von mir selber sagen, hier zu stehen, das ist nicht, weil ich mir es ausgesucht habe. Überhaupt nicht. Ja, wenn es nach mir gegangen wäre, sollte jemand ganz anders hier stehen. Aber es geht nicht um meine Gedanken, es geht um deine Gedanken, es geht um deine Pläne, es geht um deine Sicht, es geht um deine Vision, die du hast. Und Jesus, ich bete darum, dass alle diejenigen, die jetzt da auch eine Entscheidung getroffen haben, gesagt haben, hey, ich möchte wirklich in dieser Demut, mich wirklich, die Wahrheit Gottes über mein Leben und die Bereitschaft, mich von dir positionieren zu lassen, das will ich ehren und ich will euch darin segnen, dass ihr darin wandeln könnt, in Freude wandeln könnt, in Dankbarkeit wandeln könnt, und weil der König der Könige euch höchstpersönlich berufen hat. Und dafür danke ich dir, Jesus. Danke, 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 Jesus. Danke, du bist so gut. Das Beste, was uns passieren kann, wenn du uns positionierst und wenn wir uns positionieren lassen, dann ist das Wunder Gottes möglich. So haben wir es bei Nehemiah gesehen. Danke dafür. Amen. Gebt euch mal einen Applaus, dass ihr zu mutigen Schritten geht. Eine Sache noch. Eigentlich soll ich Stefan auch predigen. Ich hatte in der Vorbereitung ein Wort bekommen. Das kann man auf Deutsch schlecht sagen. Ich kenne das nur auf Englisch. Aber Jesus will heute was reinigen. Und wir alle haben damit zu tun. Wir alle. Denn wir sind einer Lüge auf den Leim gegangen. Als Gesellschaft. Als Christen. Sorry. Als Christen. Ja, auch als Gesellschaft wahrscheinlich. Wir haben Prioritäten verschoben. Wir haben Gottes Ordnung verschoben. Was haben wir verschoben? Es hat mit zwei Wörtern zu tun. Das eine nennt sich Christianity. Christenheit. Das andere heißt Churchenity. Jetzt werden diejenigen, die kein Englisch können, sich fragen, was bedeutet das denn? Ich habe ich nehme in unserer Christenheit eine große Not wahr. Meine Kirche. Deine Kirche. Hey, sei willkommen in deiner Kirche. Dann wird es zu meiner Kirche. Und weißt du, in meinem Herz könnte ich laut schreien. Ich könnte laut schreien. Aber es ist nicht meine Kirche. Es ist nicht deine Kirche. Es ist seine Kirche. Es ist nicht meine. Es ist nicht deine. Es ist seine. Hey, wir sind auf den Leim gegangen. Und weißt du warum? Weil wir gedacht haben, wir müssen es der Gesellschaft so leicht wie möglich machen, hier in diese Räume zu kommen. Hier in diese Räume zu kommen, da ist es deine Kirche. Hey, es kann sein, dass du in einer Gemeinde bist, wo genau das gesagt wird. Und hey, verstehe mein Herz. Ich weiß genau, was dahinter steckt. Ich weiß ganz genau, was die Sehnsucht ist, die dahinter steht. Aber lass mich eins sagen, aus einem Slogan kann eine DNA werden. Aus einem Slogan kann eine DNA werden. Und mein Gefühl ist, dass aus einem Slogan und vielen dieser Slogans eine DNA geworden ist. Und meine Sehnsucht ist, dass wir wieder erkennen und sagen, es ist seine Kirche, es ist seine Kirche, es ist seine Braut, es ist sein Leib, es ist sein Tempel, es ist, es gehört ihm. Wer bin ich, zu sagen, das ist meine, es ist nicht meine. Nie, nie, niemals, es ist seine. Er ist der Pastor dieser Gemeinde, dieser Kirche. Er ist der Leiter, er ist der Apostel, er ist der jenige, der sie gesetzt hat. Und ich merke wirklich, dass Gott da wirklich in unsere Christenheit hineinwirken will und will sagen, hört auf damit. Es ist zum Schreien, also mein Herz schreit. Es ist meine Kirche und nicht deine. Es ist meine. Tu Buße. Kehr um. Und ich tatsächlich, ich wünschte mir, dass manche Gemeinden einfach diese Schilder von ihren Gebäuden runterreißen und sagen und hinschreiben, seine Kirche, ja, seine Kirche, deine Kirche, Jesus, ja, deine. Hey, das kann sein, dass du dich im Englisch angesprochen offended fühlst. Ein lieber Freund von mir sagt, wenn du dich offended fühlst, ist ein Reiz da für Veränderung. Und vielleicht darfst du dich da verändern. In deinem Denken, in deinem Mindset als Gemeinde. Und weißt du, was wir wieder neu lernen dürfen? Uns darum drehen, dass es um unsere Gemeinde geht, um seine Gemeinde. Jesus redet über sein Reich, dass das Reich Gottes kommt, nicht dass die Gemeinde kommt, sondern das Reich Gottes hervorkommt. Darüber redet Jesus die ganze Zeit. Die ganze, ganze, ganze Zeit. Und das bedeutet das, dass wir uns wahrnehmen, dass wir sagen, hey, da sind die Geschwister aus Dresden im Lobpreishaus. Da ist The Message, da ist Awakening in Süddeutschland, da ist Lighthouse Higer, das sind alles Leute, die die ganze Zeit da waren. Da ist EFG Schneeberg, da ist Campfire, da ist Herzstück Gemeinde, da ist die evangelisch-lutherische Gemeinde in Aue, da ist Seal Church, da ist Lutherkirche in Chemnitz, da ist C3, was auch immer. Wir sind sein Leib, wir sind seine Gemeinde und wir dürfen sein Reich gemeinsam bauen, in Wertschätzung und in Ehre füreinander und nicht diesen, oh jetzt hast du mir Mitglieder abgezogen, oh jetzt sind wir wieder 50 mehr geworden. Hey, wir müssen aufhören mit diesen Church Games, wir müssen anfangen wieder Reich Gottes Games zu spielen. Es ging nie um Mitgliederzahlen, es ging Jesus nie um Mitgliederzahlen, das im Verzeichnis, oh wieder einer mehr. Ja, wieder mehr Arbeit, herzlichen Glückwunsch, danke Jesus. Hey, wenn du Leiter bist, weißt du ganz genau, was das bedeutet. Ja, mehr Verantwortung, ja, du darfst wieder für jemanden mehr Verantwortung übernehmen. Du darfst einfach wieder neu erkennen, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Mitgliederlisten. Es geht nicht darum, dass ich jetzt zwei Gottesdienste anbieten kann, danke Jesus, wenn Erweckung ausbricht in deiner Gemeinde, Halleluja. Aber es geht nie darum, es geht darum, dass wir gemeinsam in Wertschätzung und in Ehre einfach ein gegeneinander sehen, und das ist übrigens unser Herz von Campfire, dass Gott uns gesagt hat, hier am Lagerfeuer, da werden Menschen aus unterschiedlichsten Orten und Regionen und Organisationssystemen, Kontexten kommen und sie werden hier zusammenkommen, um allen groß zu machen, Jesus, und sich einander zu connecten und miteinander wieder rauszugehen und diese Gesellschaft zu transformieren. Das ist unser Auftrag hier bei Campfire. Gestern saß ich im Referentenraum und ich muss es so feiern, da muss ich sagen, was ist denn das jetzt, da saßen zwei unserer Sprecher, Carlos und Ben zusammen und sie haben darüber geschwärmt, wie sie doch das Golfspielen lieben. Und wer Ben kennt, weiß, Ben hat viel zu tun. Aber diese beiden, die lieben so das Golfspielen, dass sie ausgemacht haben, wir müssen innerhalb der nächsten Woche unbedingt zusammen Golf spielen. Hey, ich schaue mal in meinen Kalender rein, da haben sie beide ihre Kalender abgecheckt und haben festgestellt, da ist ein kleines Zeitfenster. Hey, da gehen wir zusammen Golf spielen. Hey, da wird der eine oder andere sagen, was soll denn, das hat doch nichts mit Gemeinde zu tun, doch, da treffen sich Geschwister, die gemeinsam die Sehnsucht für das Reich Gottes haben, die gemeinsam einfach zusammen träumen und visionieren und die in diesem gemeinsamen einfach Zeit verbringen, weiter darüber nachdenken, wie dieses Land verändert werden kann. Halleluja, danke Jesus, dass bei Golfspielen Strategien und Ideen für die Veränderung dieses Landes entwickelt werden. Halleluja. Und für einen kurzen Moment habe ich nachgedacht, auch mit Golfspielen anzufallen. Aber die würden mich wahrscheinlich einfach nur auslachen. Schon wenn die anfangen, über ihre Schlägermarken zu reden. Ich kann dir sagen, was gute Skier sind, aber ich kann dir nicht sagen, keine Ahnung von Golfschlägern oder welche Handschuhe ich anziehen muss. Ja, genau, ja. Das hat Matze erzählt, der fährt immer dieses Golfmobil durch die Gegend, kann keine Ahnung vom Golfspielen, aber da fährt immer das Golfmobil, darauf hätte ich Bock. Wie ich da so über den Golfplatz fahre. Ja, ja, mal guck, ich muss noch mal einen Terminkanal. Auf jeden Fall. Danke Jesus und ich würde jetzt gerne den Stefan, aber Stefan, jetzt hast du noch Lust, kurz vorzukommen zu beten? Wäre das okay für dich? Nee, Stefan hat, da hat mir zuvor die, was, wie nennt man das denn überhaupt, die Erlaubnis gegeben, ne, dass ich einfach machen kann, was ich will. Okay, und dann habe ich gedacht, dann mache ich das halt. Ich liebe dich. Also, ich habe... Du hast was zu sagen, weißt du? Und das war heute ein Bild und ich darf daran teilhaben, indem ich sitzen geblieben bin. Du hast... Mein Leben ist ein prophetisches Leben. Und das heißt, das war eine Prophetie für dich. Die ganze Zeit habe ich gesessen und du darfst hier stehen, weil Gott dich hergestellt hat. Du bist ein wunderbarer Leiter und du hast viel zu geben, du hast viel zu sagen. Ich bin fest in meiner Identität und nicht beleidigt und feier dich. Danke, Lukas, für die Erinnerung. Ja, ich habe ganz viele in meiner Hosentasche, die habe ich oft gebraucht zum Wochenende. Danke. Ach du meine Güte. Ich wollte noch eine Sache sagen. Habe ich das vorhin schon ein paar Mal gesagt, oder? Ja, vergib. Jetzt darf ich noch eine Sache, oder? Ihr könnt auch sagen, nein. Wenn der Benni das sagt, dann mache ich das. Aber Benni, der ist nämlich ein klasse Übersetzer. Also der hat am Freien. Benni, nochmal Applaus für dich. Das war so stark, wie du... Also Saskia und Benni, das ist unglaublich. Ich musste gestern mal ganz kurz den Benni übersetzen. Ich war maximal überfordert. Ich habe das irgendwie hingekriegt. Das war aber nur Gnade. Anders hätte ich das nicht hingekriegt. Ihr habt das ja über eine Stunde gemacht. Das ist unglaublich. Hey, die Geschichte von Nehemiah, die ist ziemlich spannend. Weil wenn man in die letzten Verse und in die letzten Kapitel reinschaut, stellt man fest, Nehemiah ist kurz wieder zurück, also am Königshof. Und er kommt zurück und es herrscht das Chaos. Und Nehemiah fragt sich, was ist denn jetzt hier passiert? Was ist denn hier los gewesen? Und es ist echt merkwürdig, irgendwie das Ende von Nehemiah ist total... Also das Buch Nehemiah ist merkwürdig. Weil Nehemiah rauft sich die Jahre als total frustrierend und er versucht, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Aber irgendwie hat man gemerkt, die machen genau das gleiche wie vorher. Es ist ein widerspenstiges Volk. Es ist wirklich ein widerspenstiges Volk. Und was dann passiert, oder was dann eben nicht passiert ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, oh jetzt ist der Durchbruch da. Und das liest man auch bei Esra. Aber wisst ihr, was uns unterscheidet? Und hier ist ein Punkt, wo die Geschichte von Nehemiah für uns nicht mehr relevant ist. Wir haben eine andere Perspektive. Denn wir haben jemanden, der hat den Durchbruch geschafft. Wir haben jemanden, der ein Statement gesetzt hat mit seinem vollbrachten Werk, nämlich Jesus. und er ist derjenige, der wirklich dafür sorgt, dass das nicht nur eine Momentaufnahme ist. Und deswegen ist mein Glaube und meine Hoffnung, auch meine Gewissheit, ist das, wenn du heute hier Entscheidungen für dich getroffen hast, oder in den letzten Tagen, dass das keine Momentaufnahme ist. Weil du jemanden hast, der den Durchbruch errungen hat und der dich durch seinen Heiligen Geist befähigt, ausrüstet, zurüstet, führt, leitet, damit du tatsächlich real, radikal und relevant dein Christsein wahrnehmen kannst. Er macht es möglich. Er macht es möglich. Damals konnte Nehemiah nicht auf diese Ressource zurückgreifen. Wir können es. Und wir sind damit so beschenkt. Und im Bewusstsein dieses Jesus würde ich euch nochmal fragen, ob wir nochmal ein Lied zum Abschluss setzen können, dass wir, also irgendwie, also ihr wisst wahrscheinlich schon, welches Lied, keine Ahnung, aber dieser Jesus, er macht den Unterschied. Er befähigt uns durch seinen Geist. Und ich würde euch gerne, ich würde es gerne so handhaben, dass, ich würde euch jetzt alle bitten, aufzustehen. Und ich würde gerne für euch beten, für uns beten, ich brauche auch Gebet, weil ich bin auch auf dem Weg. Auch ich muss meine Entscheidungen treffen. Dass ich hier stehe, ist eine Entscheidung. Wie ich nachher Menschen begegne, von denen ich noch nicht mehr weiß, dass ich ihnen begegne, das erfordert meine Entscheidung dann. Ob ich ihnen wirklich sage, hey, Jesus liebt dich. Das erfordert meine Entscheidung, ob ich Leiterschaft wirklich mit Visionen lebe. Dass ich Leiterschaft so wahrnehme, dass ich aus der Intimität heraus meine Leiterschaft wahrnehme. Dass ich wieder neu als Leiter, das wollte ich auch mal euch Leitern zusprechen, das, ja genau, danke Jesus für die Erinnerung. Liebe Leiter, nehmt euch die Zeit für die Intimität mit dem Vater. Nehmt euch die Zeit für die Intimität mit dem Vater. Denn nur dann kannst du Leiterschaft wahrnehmen. Nur dann wirst du Perspektive, Vision, Prophezeiung bekommen von Gott. Und Jesus, wir stehen jetzt hier und egal, was du uns offenbart hast heute, stehen wir hier, weil wir wissen, wir stehen eigentlich genauso da, wie die Juden in Jerusalem. Wir stehen genauso da und wir laufen eigentlich Gefahr, jetzt aus dieser Konferenz rauszugehen und den gleichen Mist wieder zu machen, den wir vorher gemacht haben. Wir laufen Gefahr, dass wir das Gleiche tun, wie wir es vorher getan haben, dass wir wieder in die alten Muster hineinfallen. Und es gibt aber eine Hoffnung und die heißt du, Jesus. Diese Hoffnung bist du, Heiliger Geist. Nur du kannst es machen, indem du uns Tag für Tag für Tag für Tag neu mit deiner Gnade beschenkst. Und das steht in deinem Wort. Du hast gesagt, jeden Morgen ist deine Gnade neu. Und ich danke dir, dass wir im Bewusstsein deiner Gnade, im Bewusstsein deines Geistes, dass wir hinausgehen dürfen, begeistert, leidenschaftlich, entschlossen, kantig, überzeugt, einfach in dem Wissen, dass jede einzelne Person, in der wir begegnen, wirklich dir genauso wichtig ist, wie ich dir. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir befreit von Menschenfurcht und eingenommen von deiner Liebe und Barmherzigkeit für deine Schöpfung, für deine Kinder, für deine Töchter, für deine Söhne, dass wir so hinausgehen. Und ich bete darum, diese Konferenz soll nicht dazu da sein, dass es eine coole Konferenz war. Diese Konferenz ist dazu da, dass Multiplikation passiert, dass wirklich Veränderung passiert, dass Transformation passiert in die Kontexte, in denen du uns hineingestellt hast. Und ich bete darum, Heiliger Geist, erinnere uns, erinnere uns, erinnere uns, erinnere uns, erscheine uns in Träumen, erscheine uns in deinem Wort, erscheine uns durch Menschen, die uns daran erinnern. Lass uns immer wieder neu erkennen, was dein Herzschlag ist, Vater. Lass uns immer wieder neu erkennen, wo wir wirklich auch wieder umkehren dürfen, wo wir Buße tun dürfen. Und Jesus, ich tue Buße für all die Dinge, die ich heute auch benannt habe, wo ich selber dastand, wo ich falsche Demut hatte, wo ich gedacht habe, es geht um mich, wo ich gedacht habe, hey, es geht um meine Jugendgruppe, es ging nie um meine Jugendgruppe, es ging immer um dich, Jesus. Es ging immer um dich, es ging immer um dein Reich, es ging immer darum, dass du groß gemacht wirst. Und es ist völlig irrelevant, was für ein Name draufsteht. Dahinter steht ein großer Name, nämlich Jesus. Und alles andere muss ich vor diesen Namen beugen. Und Jesus, dafür bete ich, dass das, diese Überzeugtheit, diese Eingenommenheit von dir, Jesus, von deiner Liebe, von deiner Radikalität, von deiner Relevanz, von deinem realen Wesen, dass wir so hinausgehen, in Kühnheit, in Überzeugung, in Leidenschaft, in all dem, in Vollmacht, in Autorität, in Liebe. Heiliger Geist, gieß das aus, was wir brauchen, in den Kontexten, in denen wir sind. Und wir machen dich groß, Jesus. Denn du allein bist würdig und um dich geht es, Jesus. Amen. Amen.